um wenn wir lieber wieder mal nach Hause meine ich natürlich um ja war war die zina und jetzt werden wir wieder abgeschossen und wie floren werden wir gehört sind das skelett hat wenn ich um nicht angeschossen das ist gut das mag ich und die musik ist auch chillig gut ja wir haben die skelette droppen knochen genau und aus den knochen kann man knochenmehl machen genau und knochenmehl das werde ich euch am target zeigen denn beim knochen h sehr hilfreich also knochenmehl finde ich sehr hilfreich ah ja hier habe ich hier anstatt Erde jetzt Holzmeinen gemacht da ich finde heute sieht einfach nur stylischer aus wo haben wir den Mond der Mond geht grad unter was heißt die Sonne geht gleich auf um gut theoretisch könnte ich dann jetzt auch mal das neueste Feature mal zeigen also das das meiner Meinung nach mit der Wolle beste Feature das es überhaupt gibt da muss ich nochmal gucken habe ich überhaupt nein doch habe ich ja ja der Bambus heißt jetzt nämlich äh Sugarcans also so gesehen Zuckerrohr oder so ähnlich halt kann man es übersetzen ah dafür brauche ich zwei meine ich ähm ich kontrolliere mal grad was ich muss mal grad was nachgucken na ok kriegt man mal einen Zucker raus gut ich gehe damit ein bisschen sparsamer grad vor aber ok ähm drei haben wir äh wie viel Eimer habe ich denn einen brauche ich mindestens noch zwei also zack 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 noch ein weiter zack jetzt steamen wir uns mal ganz schnell hier Bili Misch Bili Misch Bili Misch Bili Misch Hallo Vom 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 Sommer mit m ja kattn…… ich brauche Milch Hallo ja, danke so, kloppen wir mal einfach Kulia musst du in die Hose machen komm, mach in die Hose mach Polia mach Pola Pola, komm, danke gut, ähm jetzt fehlt mir noch, oh, guck mal ah, wie schön oh, das ist gut das ist gut, dass die Viecher auch beim Sterben dann vom Feuer was droppen das ist so gut das ist das finde ich einfach nur schön ganz ehrlich, das freut mich ähm, aber jetzt muss ich mir erst noch ein neues Werkzeug nochmal machen, äh, neu in Anführungsstrichen ihr werdet es möglicherweise schon kennen ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das schon mal machen musste oder gemacht hab nämlich eine ja, Hake ich nenn's jetzt einfach mal Hake damit ackern wir jetzt die Erde ja ja, ja, wir ackern die Erde die, die, die ja, wir, ja, ja ja, wir ackern die Erde ähm, äh, ja, ja, wir ackern halt wirklich die Erde und wenn wir Glück haben fällt da man dann ein Samen raus ein Weizensamen okay jetzt, äh, kommt dann etwas Specialiges manch einer von euch sagt jetzt möglicherweise äh, äh, äh alter, äh, Weizen muss man am Wasser anpflanzen hallo und, äh, das dauert drei Tage, da darf dann auch kein Tier oder so drüber rennen. Ja, dazu kann ich dann nur sagen, aber für wie blöd hältt ihr mich? Ich hab, ich hab schon mehr Brote gebacken, als ihr schon bestimmt gesehen habt, ey. Und zwar im Real Life. Nein. Ich weiß nicht, ähm, ja. Es gibt ja jetzt mit der neuen Version Bohnmehl. Also Knochenmehl. Ähm. Tastatur-Lag. Blub, blub. Blablub. Hallo. Hallo. Meine Tastatur. I'm right. Hm? 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 Ich bin gleich wieder da. Wo, noch einen Moment? Nein. Toll. Schöner Mist. Schöner Mist. Schöner, schöner, schöner Mist. Ja. In der Zeit laber ich einfach. Ja. Ähm. Blablub, blub, 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 blablub. Blablub. Wie gesagt, echt am passenden Ort, zur passenden Zeit. Ein. Jetzt fehlt mir noch mal eine Batterie aus meiner Tastatur. Na, jetzt ist die zweite raus. Gut, jetzt muss ich grad mal. Ähm. Gut. Kann ich jetzt? Ja. Nein. Nein kann ich nicht. Damit hat sich grad meine Tastatur verabschiedet. Das heißt, ich muss mal da, da, ähm, ein bisschen tricksen. Tut mir leid, dass ihr das jetzt hier mitbekommt. Äh. Aber, ne. Und. So, jetzt müsste es funktionieren. Nein. Warum funktioniert es denn jetzt nicht? Nee, komisch. Klingt zwar komisch, ist aber so. Funktioniert es grad nicht. Jetzt muss ich grad meinen gesamten Batteriestatus, den ich hier oben hab. Augenkopf stellen. Ach. Woher kommt die drin? Ich bin jetzt grad irgendwie verwirrt. So. Okay. Ähm, ja. Ich würd jetzt dann erstmal sagen, dann beende ich jetzt grad mal. Äh, oder warte. Komm schon. Komm schon raus. Wie schaffst du das? Bitte. Wie sagt mir das du noch? Gut. Haha. Gut. Ähm, aber trotzdem würd ich dann jetzt mal sagen, beende ich hier mal dann jetzt die Aufnahme. Und. Ja, möglicherweise schneid ich das Ende weg. Obwohl, nein. Nein, 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 nein. Aufnahme wird noch nicht gestoppt. Ich mach das jetzt noch. Äh, gut. Also erstmal muss ich hier schnell was wegackern. Äh. Dann schnell was hinpflanzen. Und dann das Bohnenmehl verwenden. Genau. Bohnenmehl ist Dünger. Gut. Das muss ich dann schnell abernten. Gut. Hab ich jetzt die drei? Ja, ich hab die drei Weizen. Okay. Jetzt müssen wir uns beeilen. Übrigens, das funktioniert bei dem Bohnenmehl halt auch mit Bäumen. Gut. Jetzt muss ich mich, wie gesagt, beeilen. Ob es bei Bambus funktioniert, ich weiß es nicht. Aber lohnt sich ja auch nicht. Ach gut, da haben wir noch ein Ei. Das heißt, ich muss gar nicht mehr an meine Truhen oder so. Okay. Schnell. So, da hab ich den, 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 äh, Sugar mit. Ich weiß es nicht. Oh, Puh, ich hab ihn mit. Dödem. Okay. Äh. Oben. Milch hin. Mitte Ei. Unten. Drei Weizen. Und KUCHEN! Genau. Kuchen. Äh. Kuchen. LOL. Höh. 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 Genau. Jetzt hat die Milch nämlich endlich einen Sinn. Und ja, ja auch. Nämlich Kuchen. Man kann Kuchen mitbacken. Dieser Kuchen heilt pro Stück. Genau, man kann ihn sechsmal verwenden. Aber, und er heilt pro Stück halt 1,5. Äh, hier sehen wir es dann jetzt. Nom. 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 Und dann, wenn man, wenn man ihn wiederum kaputt macht, äh, ja, ist er weg. Oh, äh, und aus Sand fällt mir jetzt gerade noch so ein, kann man jetzt auch was machen, was anderes als Glas, nämlich, genau, Sand, aber Sandstein. Äh, er sieht ein bisschen anders aus und er fliegt, wie ihr ja sehen könnt. Und er ist massiver. Nämlich so massiv, dass man ihn zwar noch schnell kaputt machen kann, aber man braucht dafür wohl was anderes als ein Werkzeug. Ja, und wels ist... Oh nein. Nein. Nein, ich hab jetzt hier nicht eingesperrt, ne? Ach, Dreck. Naja, okay, man braucht eine Spitzhacke dafür. Gut. Ja, ähm, mehr sag ich dann jetzt nicht. Ähm, das hier wird in vier Teile aufgeteilt und der Kuchen sieht von N nicht so gut aus. Warte mal, wir gucken ihn uns mal genauer an. Genau, wir machen eine Geburtstagskerze da auf. Genau, wir... Hier, ist mal ernsthaft? Nein, nein, das würde nicht funktionieren. Ich füge mir gerade ein. Naja, okay. Ist auch egal. Gut, dieses Video hier wird in vier Teile geteilt. Das werdet ihr mitbekommen haben. Naja, okay, dann jetzt erst mal, äh, tschüss, äh, blaaa, blub. Genau, äh, jeder, der dieses Video hier scheiße fand, schreibt einfach unter. Nein. Was rede ich denn? Jeder, der... Genau. Genau, jeder, der... Jeder, der jetzt denkt, er hätte was über Minecraft gelernt, schreibt jetzt, blub. Genau. Ich muss jetzt nämlich noch schnell zwei Minuten vollkriegen. Äh, ja, genau. Ah, Suicide. Okay. Mir gedacht, ich muss noch schnell ein bisschen was vollkriegen. Äh, also laber ich einfach noch ein bisschen. Äh, lalalala, holol Jeep. Prozent auf deinen Meinhanter ich bin echt Ich bin ein echter Deutscher. Wer ist auch echt nett.